Hallo, ich bin hier bei Gottschall & Sohn und das ist Nadine Theissen, die Seminarmanagerin. Eigentlich verkauft ihr ja so Sanitär- und Heizungsanlagen. Wieso bietet ihr auch Seminare an? Ja, uns ist es sehr wichtig, unseren Kunden immer den neuesten Stand zu bringen. Das machen wir über unsere Lieferanten, die halt uns beliefern. Die kommen dann hier hin und werden unsere Kunden auf den neuesten Stand bringen. Deswegen auch im Bereich Zertifizierung ganz wichtig. Das brauchen halt unsere Kunden, um an verschiedenen Anlagen zu arbeiten. Auch das bieten wir unseren Kunden an. Das organisiere ich hier im Hause und wir freuen uns natürlich auch immer, wenn die Kunden zu uns kommen. Dann haben wir den direkten Kontakt und können die nochmal ansprechen. Und ja, da sind wir immer, freuen wir uns immer, wenn die Kunden zu uns kommen. Ihr habt auch sehr große Räume und einen tollen Praxisraum. Das heißt, man kann hier alles erlernen sozusagen. Auf jeden Fall, ja. Wir versuchen immer, auch wir auf dem neuesten Stand zu sein natürlich und werden das dann an die Kunden weitergeben. Okay, dann vielen Dank. Wenn Sie mehr wissen wollen, dann schauen Sie einfach mal auf die Webseite.